Der erste Mal der Europameister-Titel Der erste Mal der Europameister-Titel Der erste Mal der Europameister-Titel Wir haben erst einmal herzlichen Glückwunsch zum Europameister-Titel. Nach zwei Jahren haben wir wieder einen Europameister. Ich meine, das erzähle ich heute noch von. Ich habe auf der ganzen Welt geboxt. Viele Leute kennen mich, viele Leute kommen her. Und das ist schon gut für den Umsatz. Ich verlange eigentlich mehr. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich war früher, ich war eine halbe Stunde eher da. Ich konnte gar nicht erwarten, das loszulegen. So war es früher wie ich 15, 16 war.